Die Hand des Propheten Alles klar Hier haben wir schonmal alles geplättet Können wir rausgehen Schatz oder die? Können wir rausgehen Schatz oder die? Pardon So war das nicht geplant Finne kommt's doch Sag mal Ich hab so die Vermutung Das wir hier so langsam wäre sicher kein Ende gehen So ein bisschen die Vermutung Aber das ist uns ja egal Wir räumen mal alles auf Gib ihr was hast Schokoriegel sonstiges Kohle Kippen Auch gut Wo? Ja Ja Was damit? Bleib hier Ich mach das Wir machen das zusammen Oder ich mach's allein So oder so Ich muss wissen dass er gestoppt wurde Oh David Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins Aus einer Steinsfreude Aufregend der Start Atemberaubend Atemberaubend Schadensboost Was haben wir denn eigentlich in der Hand? Wir haben irgendwie Die Schrotflinte Wie viel Kohle haben wir denn? Uh Naja Schnelleres Nachladen Schadensboost 2 nehmen wir auch noch Schadensboost Größerer Radius Gehöht die Kegelbreite um 20% So Die Blumenkurve Und erschreckt der Absturz Wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht Ja 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 Bla 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 Geh an Bord Na klar Dann mach jetzt Dankeschön Gucken wir nochmal in die Kisten rein Kaffee Okay Geh mir doch mal aus dem Weg Was ist das? Da! In Deckung! Anscheinend Blindgänger Da sind keine Blindgänger Sondern... Fucking move Du sieh dich um Elisabeth Was!? All das habe ich für dich erbaut Du bist meine Erben und mein Blut Und was hat der Wit je für dich getan Für ihn bist du was du immer warst ein Mittel zum Zweck Alterệp Das Mentors Hör auf mit der Sch�- Da ist ja noch so einer Jetzt geht es aber los hier. Mach mal den Automaten fertig. Dankeschön. 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 Jo. Komm her, wenn ich das halb. Hüpp. Alles weg. Guck, den haben wir. Mehr habe ich im Moment nicht. Wie, mehr hast du nicht? Kann ja gar nicht wahr sein. Okay, da unten können wir noch hin. Der hat noch ein bisschen Salz. Oh, Locke. Denn der Tod hat keinen Stamm. Komm her mit dem Moskito. Los. Oh. 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 Ich brauche das Ding. Moskito. Danke. Oh. 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 Ah. Oh. Oh. Ah. During the… dankeschön also schön ja 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 schaffen wir schon schaffen das was ich bin her nach laden statt belegen nach laden auch leer gibt man andere waffe danke muss man gerade nachladen kann man ja nicht verstecken auch nicht nach immer noch danke gut tschüss der schmeißt ja immer noch das hat richtig gehört hat zur hölle kohle 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 waffen munition überhaupt das zeug eigentlich hingeschmissen wo habe ich meine bis zum hingeschmissen hier nicht was was hast hier was hast du wieder entdeckt alles klar ich treffe ich auch von hier aus ohne sko schmacht alle haben wir hier quer drumherum hinterher wo bist du so wir müssen kurz umschalten den der wohl alles klar finde schon was warte mal das ist doch da hinten da kann ich doch hundertprozentig das dahin ja ich stecke fest nein 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 ich bin nicht verschonten ich bin hier ich schaute alles mögliche einsammeln was zum einsammeln geht kohle geld sonstiges leben natürlich da ist noch ein paar und lockt was ist das die panzer frau die brauchen wir heute nicht oder jetzt nicht mehr die haben wir eben gebraucht da ist noch ein schloss das machen wir definitiv noch auf haben wir jetzt alles sieht so aus als wenn wir jetzt hier durch so bevor wir jetzt noch rüber gehen ich bin dabei danke erledigt zucker hatte Hältst du das Knöcken? Ja, ja. Ich steh schon. Keine Sorge. Bitte. Okay. Mehr Geld. Dankeschön. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lier. Aber er ist mein Bruder und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Oh, die zwei sind anscheinend im Moment nicht gut aufeinander zu sprechen. Oh, tödliches Dampi! Aber das ist ja nicht unser Problem, ne? Das ist definitiv nicht unser Problem. Haben wir jetzt alles durch? Ja. Gehen wir aufs Schiff? Ich sammle noch mal ein bisschen Muni ein. Noch ein bisschen Kaffee. Was hast du da? Nix mehr. Mauen wir nicht. Haben wir hier. Karabiner. Nee, ich nehme freiwillig meine... Erreicht uns einen Dolch. Oder ist das eher ein Schwert? Das ist eher ein Schwert. Gut. Auf geht's. Verstanden. Kursen auf die Hälfte sofort. Was passiert jetzt? Meinst du... Hm? Es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Ne. Nein. Aber vor dir. Aber vor dir. Hohohohohohohohohohohoho. Bös. 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 Hallo! Aua! Aua! Das ist ein Vorteil. Wir kommen immer wieder hoch. Das ist noch eine. Da! Noch ein Kampfschiff links, 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 dann machen wir mit links auf links, ne? Komm her, hopp! Komm her, hopp! Komm her, hopp! Das wird ein bisschen hektisch übern Hektisch hier. Hopp! Jetzt habe ich meine Pistole verloren. Das ist mir aber egal eigentlich. Da! Au! Nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Nein! Keine Sorge! Das war die Schrotfläche, mitten ins Gesicht! Mitten ins Gesicht! Äh, da! Das macht nix, das macht nix! Atmen! 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 Ja, 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 ja! Schaffen wir schon. So! Uh! Raus hier! Runter vom Schick! Hau ab! So! Jetzt nehmen wir das Ding hier! So! Jetzt nehmen wir das Ding hier! Au! Ab! Ich auch! Mal vier! Au! Verdammt! Das hat weggetan! Und links! Und noch mal... Nee! Was machst du da an meinem Schiff? Aber ganz schnell weg! Oh! Entschuldigung, du bist ja schon weg! Nee! Oh! Mach das! Ich hab' ein bisschen hektisch und ernecht dich! Aua! Ich fall' dann auch runter! Boi! Oh! Ich will da oben den Haken haben! Ach! Hör' doch auf! Boah! Das kriegen wir noch hin! Egal wie! Das kriegen wir noch hin! Oh! Schon wieder so einer hier! Au! 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 Jetzt ab... Heftige! Wie viel? sechs? Runde vor meinem Schiff! Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Na dann. Schon dabei. Zieh dir die Wetter an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Halt die Schnuss! Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. So, Britzel, Alter. Sack mal. Was? Hör auf mit dem Mist. Habe ich schon mal gesagt. Stopp, Salz wir brauchen. Na, Britzel, gut? Vielen Dank. Dankeschön, mein Schatz. Ja. Let's start. Los, mach... Hier! Gratulier deinen Scherbe an ihn! Hä? Hier, geh weg! Okay, jetzt muss ich versuchen, da durchzulatschen. Hart't funktioniert! Oh, ne! ich bin glaube ich hier auf der falschen seite ich muss auf die anderen seite rüber die salz johannes salz nie tut ihr nicht ich muss mal schnell hier rüber ja ja erzähl nix alles karabiner ich brauche munition menschen was ist denn hier hallo aua wieso hat das jetzt weh getan von hinten wer war das ich gebe mich auch vergiss meine kleine süße pistole alles rein knallen was geht oder richtig ich bin der so geht das und nicht anders so jetzt gehen wir hier um die ecke das ist ja eine glasscheibe davor dankeschön kapseln weg schaffen könnten wir damit auf die oberen dex gelangen könnte könnte hätte hätte fahrradkette warte mal da war noch was drin danke war da vorne noch was kann wir gerne mal schnell gucken hier geht es nicht hoch ich glaube wir kommen doch nur über diese skylines ankommst ok hier oben liegt nichts außer noch mal ein bisschen satz wenn wir das mitnehmen können leider nicht da machen wir die skylines frei so wenn wir sie frei ich habe die saad des feuers gesehen die das so unter uns auf das kommen des herrens vorbereiten wird aber nicht ich werde das banner den berg hin auftragen diese aufgabe obliegt dir elisabeth sie obliegt dir sie obliegt dir what the hell die skyline ist freiburger komm mit auf einer seite unseres lams steht der falsche hirte auf der anderen die überreste der gottes schweb wachs populi wer von euch männern kehrt nicht freudig ein zu gott damit sie ihr schicksal erfüllen kann freut euch freut euch der tot hat keinen stachel ok jetzt sind wir hier wer ist getürmt ich bin nicht getürmt ich bin nicht getürmt ok links ich muss erst mal hier was haben wir denn 47 schuss ich weiß wir brauchen auf alle gesundheit salz revolver nein pistole und maschinengewehr füttern für die kasse wunderbar 100 100 sieg ja schon brutal aus er lässt sie runter auf die erde nein kriegst du das geknackt kein problem erledigt lebt er noch ach komm hier baut er sie zusammen das war nicht viel das war so riesig aus es ist nicht hallo rufi hallo jenner jetzt sieht er schon makaber aus unsere vorrichtung zeigt uns dass das mädchen die flamme ist die die welt entflammen wird mein bruder sagt wir müssen das was wir getan haben ungeschehen machen aber die zeit gleicht eher einem ozean als einem fluss warum versuchen eine flut zu erzeugen die doch nur wieder abecken wird das musst du wissen du hast nicht gedacht aber okay hallo sieht einfach aus die kraft Alter Schwede. Ausrüstung. Hemd, Schockjacke. Bei Nahkampfschaden 50% Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Opfer sind 2 Sekunden lang verwundbar und nehmen 50 Schaden. Was haben wir jetzt? In 40% aller Fällen lassen Gegner Munition fallen, wenn sie sterben. Ist mir lieber. Ist mir lieber. Wir nehmen das gerne mit, aber wir lassen die Jacke an. Meine Jacke. Ne? Solze haben wir genug. Soll ich die Panzerfaust mitnehmen? Ne. So. Knöpfchen drücken. Kommen wir wieder in eine Stufe höher. Ja. Was? Boah, jetzt lässt er die alle runter. Hier stimmt das nicht. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Oh shit. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Wer nicht? Scheucht ihn aus. Kommen die jetzt alle hierher? Ich schneide dich in Stimme. Oh shit, das tut weh. Ich muss mal kurz woanders hin. Schatz, kannst du mal? Können wir die Verbandskasten machen hier? Drei Viertel. Ach so, sie sind schon da. Wir sind noch gut geladen. Was? Von wo? Die Strecke ist frei, wir müssen uns bewegen. Oh shit. Es mag sein, dass ich sie besiege, David, aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Oh. Ich möchte mal drum rumfliegen. Wir haben zu wenige Salze. Mal gucken, ob wir noch was finden. Wir gehen von hier aus rein. Wir gehen rein, ab ins Maschinendeck. Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Beruhig hier drin. Salz. Oha. Oha. Ok. Da hinten steht einer. Ok. Hol mal. Da ist einer. Aua. Handyman können Skylines unter Strom setzen. So alle beschädigen, die sie benutzen. Halte dich von ihr fern, wie sie nicht mehr unter Strom steht. Der Tank ist satt. Au. Nein, nein, nein. Das sehen wir morgen. Mahlzeit. Schön in die Schüssel, ihr Knall. Dankeschön.